Ähm... Wir haben... Ah, doch, doch. Wir haben aber mit meiner Diamantspitz-Sacke hantiert. Und mich damit schlägt. Ja, no. Wenn du dich nicht benehmen kannst... Wie geht's eigentlich deiner IQ? Muss man dich halt züchtigen. Frank. Und so. Wie es deiner IQ geht? Meiner IQ geht ziemlich gut. Die, ähm... Stein. Die ruht sich gerade in meinem Bett aus. Die hat ne harte Nacht hinter sich. Was auch immer du schon wieder mit ihr getan hast. Musst du nicht wissen. Fängt mit M an und hört mit Elken auf. Okay. Ja, hallo? Was denkt ihr denn? Ihr Perverslinge. Nix, denk ich. Was er denkt, weiß ich nicht. Da nehm ich auch keine Garantie für, was er denkt. Und so. Und so. Ja. Ich weiß nicht, was für eine Art davon das ist, aber... Irgendwas mit Nelken. Ja. Keine Ahnung. Was auch immer für M Nelken. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt ne Sorte, die irgendwas mit M ist, aber keine Ahnung. Mondnelken? Klingt gut. Klingt gut. Ob das gibt... Ob das gibt, weiß ich nicht, aber es klingt gut. Du bist der Gärtner, nicht ich. Ich bin kein Gärtner. Aber du hast Verbindung zu Gärtnern. Wow. Zehntausenddreißig Schritte. Das sollte jetzt aber reichen, hey. Was? Die Turtle. Ach so. Duartel. 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 So und jetzt. Mach was. Mach was. Tatsche. Tu etwas. Aber. Das ist blöd. Ich brauch den Junklauder, sonst hab ich Angst, dass das Ding kaputt geht. Das Programm. Junklauder. Ach du scheiße. Wenn ich mir das Rezept angucke... Oh Gott nein. Hey, man kann auch so ne Enderperle herstellen. Ich brauch ne Miniumstein. Und 4 Eisen. Ähm. Klar. Oder 8 Uhumetta. Ja. Uhumetta, äh. Uhumetta. Es kam gerade sowas so. Es klang ja wirklich nach Uhumeter. Okay, ja. Moment, das ist der falsche. Ich brauch diese Minium-Scheiben da. Die können man, glaub ich, alle mal gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viele Scherben davon wir schon haben. Also, ich hab eine gesammelt. Wir lassen's jetzt eben Nacht werden, und dann geht's ab. Dann holen wir uns tauschen. Wir haben sieben, du hast noch einen, dann haben wir acht. Das müsste lang. Dann kannst du schon mal in Nerdstone basteln. Okay. Gib mal, gib mal, gib mal. Wo ist der? Achso, hier. Da, hier liegt hier. Danke. Was? Das Junkler oder Modul könnte man theoretisch auch mit nem Wild Anchor machen. Ja. Geht das auch an die Turtle drum? Ja. Ist aber meiner Meinung nach teurer, zumal wir da wieder Opsiland abbauen müssen. Achso. Ne. Weniger. Jetzt brauche ich das Teil, das ist jetzt egal. Ist mir egal. Hält mir einen, äh, Wild Anchor, der im Modul drin sitzt, oder wir hätten noch acht Spotloader frei. Mit einem im Modul. Neun. Acht. Acht. Weil wir einen verbaut haben. Dann haben wir noch neun frei, weil es zehn gibt. Nein. Doch, schau nach. Gibt's zehn? Was machen wir mal? Auf jeden Fall helfen wir noch mehr. Schau nach. Ja, ist gut. Glaub ich dir auch so. Schau nach. Mh, mh. Ja, schön. Kuh. Ach meine Kuh, die ist schön. Die ist cool. Ja, die ist so cool. So cool. Die sitzt da. Toll. Sie ist cool. Na ja, gut. Äh. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Los, Stein. Da kommt noch irgendwann irgendwas dazwischen. Oh, oh. Von mir hängt das Spiel ja jetzt nicht mehr. Hm. Goldbarren, Eisenbarren, Steinbarren. Wreckst du mich denn auch so? Hm, tut mir echt leid. Ja, sollte es auch. Goldbarren, Eisenbarren, Steinbarren. Steinbarren brauch ich auch, ja. Moment, Gold. Da. Ein Gold reicht. Äh, Eisen. Haben wir Eisen? Ja. Und wo? Äh, hier in der Erz... Da. Ah, da. Eisenkiste. Gut. Wilber ist es noch nicht. Nimm mal 10 Stück mit. Sollte die reichen. Hey, Kuh. Was machst du? Was Frank für Geräusche macht. Lustige Geräusche. Das merke ich. So. So. So, ich hab den Minium-Stein. Yeah. Gut. Min-minium-stein. Richtig. Okay, kann ich nicht. Ja. M-minium-stein. Messer! Bäh? Einfach rauspiepen. Hey, da war noch Eisen hier. Ich hab's gesehen! 39 Eisen waren? Wer hat die hier rein? Warst doch gar nicht du... Nein habe ich nicht. War, war ich nicht?! Nein, 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 nein! Nein, ich war das nicht! Nein, ich nicht! Nein, nein, ich nicht! Nur du! Kartoffeln! Meine Kartoffeln. Nein, das sind meine Kartoffeln. Kartoffeln. Achso, das hier sind meine, ja. 3, 4, 5, 6, so. Eigentlich hab ich halt eine Kartoffeln, aber egal. Mir egal. Meiner ist eine Kartoffeln? Ich deine, ich hab seine. Mir egal. Oh Gott, das Ding hält dir. Wie lange hält denn das Teil, dieser Stein da? Äh, weiß ich nicht. Noch nie benutzt? Rühschnittlich lange. Ja. Ja. Okay. Also, schon ne Weile. Moment, der hat jetzt 27.000, 002, geteilt auf 4, geteilt auf 5. Okay, gut. Was? Die ID. Achso. 5, 6, 7. Geh du ran. Es ist für dich. Geh du ran. Es ist für dich, also mit dir reden. Nein, das ist für mich. Weil du eben grad weggelaufen bist. Äh, ne Zaubertisch. Ich bin ja nicht weggelaufen, ich bin hier reingegangen und wollte noch Sachen bauen. Was auch immer. Wir brauchen noch Treppen. Wir brauchen sowieso Obsidian jetzt 4 Stück. Haben wir da was? Äh, ne. Deswegen geh ich grad was holen. 2 Stück haben wir. Lügner. Ja. Ja. Das ist aber nicht genug. Das sind keine 4. Ja, aber wir haben trotzdem was. Aber nicht genug. Ja, aber wir haben was. Ja, aber nicht genug. Das war meine Kernaussage. Aber wir haben was. Ne, egal. Nein. Doch. So. Hm. Ist gut, ich geh schon Obsidian abbauen. Ja. Nur 2 Stück. Das reicht mir. Und dann brauch ich noch ein Buch. Ich brauch selber noch welche. Also Bücher? Ne, damit kann ich dir leider jetzt nicht dehnen. 2 Diamonds. Bücher hab ich 27. Okay. Alter, brauch ich jetzt eins dann. Ja. Warte mal kurz. Wo bist du nochmal, Frank? Ab der Hand. Hier bin ich. Hier hast du so ein paar... Paar. Oh. Alter, wo hast du 64 Bücher her? Da. Ja. Aus troppenden Dörfern. Sollte ich mal behaupten. Ja. Okay. Das sind sehr gesunde Geräusche. Hm. Raucherlunge. Ne, eigentlich nicht. Was, wirklich? Nein. Gut. Acht schon. Ich wollte jetzt nur cool wirken. Ach so. Rauchen ist nicht cool, rauchen ist... ... einfach nur dämlich. Ja. Hochgradig dämlich. Ich hab' dir zu. Meine Mutter nicht. Oh. Was nicht passt, wird passen gemacht. Also mach, dass sie dir zustimmt. Versuch ich schon seit mehreren Jahren. Ja, Alter. Dann machst du's nicht gut genug. Ja, Alter. Ich wär' einfach falsch egal. Sag du's für mich mit großen Katzenaugen. Trainiere etwas. Du hast ja ne Familie ganz hinternehmen, mit der du's wunderbar trainieren kannst. Ja. Weil tiefsperrte Umständen sind. Und die Kuh mitnehmen, nicht in Stein. Und so. Dann machst du die Kuh mit. Kommt freiwillig mit. Die... Die will da nicht raus. Die wird bei mir bleiben. Die kommt da nicht... Die kommt da nicht raus, weil die... Nein. Die würde eigentlich rauskommen, aber die will bei mir bleiben, sehe ich's ein. Das ist meine... Nein! Meine Kuh! Hm. Hehehehe. Okay, okay. Ich drück sie durch die Tür durch. Kuhliebstahl. Stämlich. Ja, das ist... Kein Kavaliers Delikt. Absolut. Tu das nie wieder. Boah, so spannend. Holst du meinen Obsidian? Jaaaa. Juuuuhuu. Das freut mich. Mehr oder weniger. Eher weniger, wie es scheint. Nee. Das freut mich. Ich brauch den Scheiß jetzt. Ah, funktionieren die Maschinen wieder? Ja. Geil. Geil, geil, geil. Den will ich nicht. Den will ich auch nicht. Und ich hab keine Materialien. Toll, jetzt passt so ein 1-Deck rein. Ach stimmt, Joppa hab ich noch dabei, ja. Moment, ich bin gleich da. Wie viel darfst du, brauchst du zwei? Zwei? Ja, das reicht. Ich hab ja schon zwei hier. Gut. Oder? Ist das richtig? Eins, zwei, drei, vier, ja. Ich brauch noch einen. Ich brauch noch einen. Ja. 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 Jetzt brauch ich noch einen, weil er in Christa rein gefallen ist. Ne? Wow, gepackene Kartoffeln. Das wollte ich schon immer. Danke. Danke schön. Ja. Geh mir die Kuh dann wieder, ne? Nein! Wir halte die Kartoffeln. Nö. Okay. Wow, das sieht ungesund aus. Spaß. Du hast gerade deinen Kopf zu 180 Grad gedreht. Au. So warst du gar nicht. Würde ich jetzt nicht machen wollen, aber okay. Da ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, ja. Uh! Yay! Du nicht. Du kriegst kein... Nee, geh weg, du. Ich freu mich nur, dass du da bist. Das ist mein schwarzer Stein. Hey, du bist kein Hund. Jetzt geh weg. Geh auf den Platz. Indem du deinen Körper an meinen Körper presst. Ganz leger. Schmeiß es ganz weit weg. War der jetzt bei dir? Wuhu! Danke! So, hoppa. Brauchen wir da drauf und da drauf. Das erste. Dann leg ich da schon mal... ...das Zeug da rein. Und das. Äh... Blau? Hallo? Ja? Jetzt, jetzt ist richtig. Das war falsch rum. Wie? Wollen wir eigentlich auch wieder so Kieswege machen, oder wie? Äh... Könnten wir. Können wir uns auch auf ein anderes Material als Kies einigen? Könnten wir. Hast du... Warum schlägst du denn Kies als erstes vor? Weil... Kiesweg so das ist, was normalerweise jeder macht. Hast du denn nichts zu tun, oder wie? Nö, ich hatte mir gerade gedacht, ich baue hier den Weg, weil ich hab schon eine Treppe gebaut, wenn du mal raus schaust und nicht immer die Fenster rausgehen würdest. Mhm... Oho... Treppe. Wie das Fenster ins B. Judjubjubjubjubjubjubjub! Boah, ich könnte dreimal hoch- und runtergehen, das wird nicht langweilig! Schön. Was bin ich froh, dass du nicht aufnimmst? Ach, schön. 10 Minecraft-Juts. Sollte reichen... Oh, jetzt brauch ich so viel Gold. Oh Gott. Wofür? Für... Chung-Loader. Gold haben wir ja relativ viel. Ja, und ich hab noch irgendwo... Das... Pulver? Pulver? Wartwarrwarr... Goldbrühe brauche ich jetzt. Achso... Okay. Das ist Gold, das ist 10. Ich bräuchte... 1,2,3,4,5 nur. 5 Goldbarren bräuchte ich da. Da, wegen da. Yeah, danke. So, unser Garten ist jetzt auch fertig. Okay. Porten? Mich interessiert's schon. Ich hab's zur Kenntnis genommen. Da. Wow. Schau mal raus. Boah. Boah. Ach, selber. Ich chill jetzt hier mal. Ah, schön. Boah, beim Sonnenaufgang, das ist ja geil. Warte kurz. So. Komm, setz dich neben mich. Mach ich ja auch. Cool. Und ich stalk euch durchs Fenster, so. Nicht auf meinen Arsch gucken. Oh, du nährst dich mir, cool. Das find ich sehr... Toll. Ja. Wer entgegenkommt von mir, ne? Ja. Also, was ist das? Nichts. Gar nichts. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Warum lebt ihr dann noch auf? Weiß ich nicht. Wir sind jetzt zusammen. Geh weg. Geh. Bleib weg von mir. Geh. Endlich. Geh. 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 Bis zum nächsten Mal.